An Ihrem X-Band 80 können Sie zwischen zwei Bluetooth-Modi umschalten – persönlicher Modus und gemeinsamer Modus. Im persönlichen Modus versucht das Speakerphone eine Verbindung zu einem der letzten acht gekoppelten Geräte herzustellen. Im gemeinsamen Modus muss die Kopplung jedes Mal durchgeführt werden, wenn ein Gerät über Bluetooth verbunden wird. Zum Aktivieren des persönlichen Modus halten Sie die Bluetooth- und Plus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Zum Aktivieren des gemeinsamen Modus halten Sie die Bluetooth- und Minus-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Nach dem Wechsel des Modus wird die Pairing-Liste automatisch gelöscht.